Hallo, hier mal wieder ein kleiner Hinweis auf ein selten genutztes Feature, vielleicht von euch noch gar nicht entdecktes, hier unter Ubuntu 12.10. In den Systemeinstellungen gibt es die sogenannten Zugangshilfen. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, es wäre dann vielleicht nur mal nützlich für Leute mit Einschränkungen. Kann aber auch durchaus mal nützlich sein, wenn ihr zum Beispiel ein 2-Monitor-System habt. Ich habe zwei Monitore, hier schiebe ich es mal auf den neuen Monitor und der andere Monitor ist kaputt. Oder der andere Monitor ist ein Fernseher und ihr wollt den gar nicht erst einschalten. Sucht ein Symbol auf dem Desktop und müsstet quasi blind klicken. Dann wäre es doch ganz nett, wenn man eine Zugangshilfe hätte, so dass man auch ohne zu schauen wüsste, wo ist das Symbol auf dem Desktop, das es einem vorgelesen wird. Bildschirmleser. Bildschirmleser, mit dem kann man an oder aus schalten. Nun, normalerweise ist dem hier keine Tastenkombination zugeordnet. Sollte man aber als erstes wohl machen. Wir gehen nochmal auf alle Einstellungen. Denn, falls unser Monitor vielleicht mal ausfällt, wenn er gar nicht zu sehen ist, dann möchten wir mit einer Tastenkombination diesen Bildschirmleser einschalten. Sollten wir mal auf Tastatur gehen, auf Tastaturkürzel und Zugangshilfen. Bildschirmleser ein, aus. Dort könnt ihr eine neue Tastenkombination auswählen. Neue Tastenkombination auswählen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Windows-Taste und O. Also hier wird das als Super-O dargestellt. Und schon hat man ein Tastaturkürzel, womit man das einschalten kann. Ja, also ich drücke jetzt mal Windows-Taste und O. Und dann sollte das gleich klappen. So, Windows-Taste und O. Schon startet der Orca Bildschirmleser. Ich schalte jetzt mal den Ton etwas kleiner, weil das hier sonst im Video stören würde. Dort haben wir dann nochmal die Einstellungen. In den Einstellungen können wir dann, so war es zumindest bei mir, die Stimme vielleicht mal auf Deutsch stellen. Ich habe den Sprach-Synthesizer auf eSpeak gestellt. Ja, eSpeak und die Person auf Deutsch. Dann können wir noch die Geschwindigkeit der Stimme einstellen, die Tonhöhe und die Lautstärke. So, und dann haben wir noch die Möglichkeit, nur den angezeigten Text vorlesen zu lassen. Das heißt, wenn ich hier jetzt über diesen Text bin und das ist eingeschaltet, ja, ich wäre jetzt auf Anwenden gegangen, dann würde er sagen, Du angezeigten Text vorlesen. Bewege ich meine Maus woanders hin und her, dann wird mir das entsprechende vorgelesen, was gerade angezeigt wird. Da sollte man vielleicht die Sprache etwas schneller einstellen, da die Ausgaben etwas länger dauern können, je nachdem was es ist. Dann sagt er, der Rahmen heißt so und so und wie auch immer, man will dann wahrscheinlich auch gar nicht so schnell vorlesen lassen. Er liest dann, ja, er liest dann, sofern man, sofern man eingestellt hat, Objekt unter der Maus vorlesen. Ja, dann liest er auch dann zum Beispiel, was auf den Buttons draufsteht. Vor zum Beispiel anwenden und in dem Fall dann auf Deutsch. Hätte ich zum Beispiel auf meinem anderen Desktop einen Starter und ich würde diesen Bildschirm gar nicht sehen. Und ich würde herumklicken und ich würde jetzt einmal draufklicken und ich wüsste, da ist der Starter. Das könnte also auch mal günstig sein, wenn wir mal Problem haben oder gar nicht, den zweiten Monitor, zum Beispiel den Fernseher extra einzuschalten, nur um auf dem zweiten Bildschirm einen Starter anzuklicken. Gut, könnt ihr mal mit herumprobieren. Ansonsten hatte ich schon Videos gemacht zu E-Speak und G-Speaker, um zum Beispiel komplette Texte vorlesen zu lassen. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Babys Sagen Sagen